Okay, dann. Paui Pau. Kannst du das mal aufmachen? Ja. Hast du dich verletzt? Nein. Danke für deine Nachfrage. So, alles falsch gemacht. Was soll ich jetzt tun? Zum Telefon. Ja? Ja. Das ist nicht das Telefon. Das Telefon steht auch voll. Ich würde dem relativ großen Telefonsymbol auf der Karte folgen. Hier ist es dann. Operator, Message für KGPL. Danke. Bitte. Put in your throat now. Phelps Badge 1247. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver screen props. Corner 3rd and Figueroa. Thanks. Weil wir das auf dem Foto gefunden haben. Ja. Und dann finden wir sehr gut. Wir können auch nicht gut befragen. Wir können uns gar nicht hier lustig machen. Wir können uns gar nicht hier lustig machen. Vielleicht ist sein Partner richtig gut. Du steckst das Rad. Du steckst. Ich muss über die Case-Noten gehen. Ich glaube, es ist ein paar Ministers. Geh doch von oben nach unten. Okay, also Marc Bishop ist... Da sind wir gerade. Du kannst fahren. Du bist auf jeden Fall unaufmerksam. Du bist auf jeden Fall unaufmerksam. Du bist auf jeden Fall. Oder sie ist auf. Sie ist nicht so, wie dein average Kind. Du bist auf jeden Fall. Mit nichts zwischen den Jahren. Oder sie könnte nur versuchen, zu kaufen genug Zeit für Bishop, um ein paar Oceane zu holen. Du hast gerade gesagt, dass sie durchgestaut und nichts zwischen den Oren haben. Ja, das hast du gerade gesagt. Nimm das, Lilli Oriane. Chauvinistisch! Ey, guck mal, was hier abgeht. Porn verbrennt Metall. Das ist ganz schwarz. Das riecht bestimmt nicht gut. Das ist die junge Frau. Die Meerjungfrau. Meerjungfrau und nicht Meerjungfrau. Hier ist ein Bär! Der ist groß. Ein großer Bär. Was hattest du früher so für Kuscheltier? Schön, dass du versuchst, uns zuzuschauen zu unterhalten. Ich kann jetzt nicht nochmal versagen. Die Frage in einem anderen Video zu einem anderen Spiel. Ja. Jetzt sind wir bei dem Mann von der Frau, bei der im Randale war. Und das ist der Produzent, der diese Frau umbringt. Und dann gibt es noch den Ehemann von dieser Frau. So. So, are you coming? Ich hätte noch mal umsehen dürfen. Ist doch voll spannender. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my... Provozieren Sie mich nicht so stark. Der ist ja voll pisst. Oh, guck mal hier. Eine Kamera, das ist so verdächtig. Oh man, ich bin ganz gut verspiegelt. Ha. Well, well. Find a way into that peep then, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Schraubköpfe. Das ist verdächtig. Das kann sogar ich, äh... Sehen. Er legt es auch so hin wie es war. Er stellt es nicht auf. Hä? Wieso ist das jetzt kein Beweis? Vielleicht hält er sich das so im Hinterkopf gemerkt. Ich glaube, wenn da noch ein Schrumpfkopf liegt und der Schrumpfkopf ist das bewalt. Der hat wirklich nicht viel Mühe sich gegeben um die Beweise zu vertuschen. Ja, weißt du, man kann mal so viel falsch machen und letztlich liegt alles so derbe auf der Hand. Man geht halt immer hin und da ist Motiv und Tatwaffe und... Das ist möglich. Nimm doch mal so eine Tablette. Der Stoneman. Der Stoneman. Cool. Das ist jetzt die Leber. Die Arschumpfköpfe. Wir könnten gleich noch Super Mario World spielen. Du musst jetzt den Zugang zum Spannerraum finden. Ich habe ihn gut gefunden. Es kann nicht so sein, Phelps. Du könntest einen Ratten da finden. Ich glaube nicht. Warte gehen. Warte gehen. Irgendwann Geheimtür sein. Du musst Geheimtür finden. Wenn du da so suchst, ne? Ja. Weißt du für ein Kuscheltier? Ja. Was war das für ein? Ich habe es nicht verstanden. Hä? Warum hast du plötzlich andere Kleidung an? Hab ich? Ja, ich auch. Ja, komm, da ist ein Spannerraum. Ja. Marc Bishop und Jessica Hamilton. Ah. Kinderpornografie. Das wird ja immer krasser. Was ist mit dem Film der Hamilton-Screen-Test? Was nennt sich dann Besetzungs-Couch, ne? Schnappst du? Nicht die Machete. Jungle Drums. Jetzt weißt du, wo er wohnt. Jungle Drums. 8th and Francisco. Attention, Marc Bishop. Ich war doch schon bei ihm zu Hause. Warum liegt der Nummer 10? Ich denke, wie sie sind. Die Kinderporn. Was macht Gordon? Nichts hier. Schau mal hier. Das ist gut. Nichts hier, und? Ich weiß nicht, ob sie das gesehen haben. Ich weiß nicht, wie viele Bedingungen starten. Ja. Ich glaube nicht, stimmt. Ich glaube nicht, stimmt. Oh, oh. Da kann man auch aufs Klo füllen. Aber nicht so geheimlich. Da ist ein Loch. Achso. Ein Problem. Vielleicht musst du mich jetzt mit dem dicken Bischof reden. Auf jeden. Das ist ja nicht Bischof. Das ist ja sein Partner. Ja. Wie ist der? Oh, Hummelbop. Hummelklop. Hopgurt. 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 Na, rede mit dem muss jetzt. Ach, da ist noch ne Flasche, die nix bedeutet. Was hätten sie sich echt sparen können. Ja, die wollen halt, dass es nicht so ist, dass es nur Sachen gibt, wie bei Blastoffers. Das verstehe ich auch. Aber es ist halt scheiße gelöst. Ist das vielleicht der Schrumpfkopf, der irgendwie weit bringt? Nein. Nein. Der riecht es doch nicht. Das ist irgendwie eine Albe. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh ja, jetzt sehe ich auch die Verbindung. Weil noch ein Unfertiger liegt. Nein! Okay. Wallet. Statt, ich hab, du schnackst. Ich hab, du gehst. Ich hab, du sie zuerst gemacht. Ich hab, du hier. Sit da, Courtney. Das ist Michi. Michi, das ist Courtney Sheldin. Was würde du würdest, was du malen? Scotch. Strahend ab. Ich hab, du gehst hier bei der Schule, du bist Arme. Ja. Das stimmt, Herr Cohen. So, du willst ja ein Doktor und Dope Peddler? Interessante combination, eh? Do we have a problem, Mr. Cullen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cullen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. What are those people? I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you a hundred grand. What's that? Kabel. Hey. Hey. Was? Stop. Was hat das jetzt auch mit dieser nackten Frau auf dem Titelbild der Zeitung zu tun? Oder mit dem Psychiater? Ich glaube, ich will ihn tot. Ich will ihn tot. Ich will ihn tot. Dope Flood Streets. Ja, der hat auch immer ins Drogengeschäft eingestiegen. Aber mit dem Psychiater wollte er doch eigentlich irgendwas mit seinem Bruder, oder? War das der Psychiater? Nein. Es war der Typ, der bei dem Psychiater immer war. Der junge Student. Das ist ja mysteriös. Gut, dass ich hier nochmal war. Oh nein, dieser Strumpenkopf steckt auf einem Stab. Ich sehe keine Verbindung zu dem Strumpenkopf ohne Stab. Dieses Plakat da links, hier, das hing ja auch in der Wohnung von dem Bischof. Das ist auch verdächtig. Was ist denn? Ja, Hauptgott. Was ist denn da? Was ist denn da? Du hast abgehört, dass du noch Arbeit für Mark und Bishop? Ich mache meistens Arbeit für die Studios. RKO, Republic, Warner Brothers. Also ja. Wenn Bishop machte Arbeit für ein Studio, ja. Wann hast du ihn letztendlich gesehen? Ja, ich mache Arbeit für seine nächste Bilder. Es ist noch eine Pre-Produktion, aber. Er sieht seine Augen gar nicht, klein und dunkel. Er leckt sich mit der Zunge in die Lippen, das auf jeden Fall. Aber haben wir einen Beweis dafür, dass er, dass sie ihn in letzter Zeit gesehen hat? Au! Ich glaube nicht, was macht er denn? Das ist ein Verzicht, das hat ihn über den Boden geholfen. Ich habe sehr gute Verbesserungen mit der Vise Squad. Ja, da ist ein Verzicht. Sie werden nicht verraten, dass Sie hierher kommen und mich stärken. McAfee's Männer suchen für Bishop. Wir müssen ihn erst finden. Haben Sie, wo er auf der Glocke ging? Wenn er wirklich versucht hat, McAfee's Frau zu töten, dann würde ich ihn auswählen. Das ist ja, Hopgood. Das ist ja, Hopgood. Das ist ja, Hopgood. Das ist ja, Hopgood. Ja, Hopgood. Das ist ja, Hopgood. Ich verstehe es, Null. Ich auch nicht. Nur wenn man denkt, man versteht es ein bisschen. Ich denke, sie lieben deine kleine Pepsauce, Kalski. Oh, shit. Get us out of here. Wieso schießen? Jetzt, weil sie gesagt haben, dass sie Penner sind. Sonst ist einfach eine etwas klasse Reaktion. Ich muss nicht füchten. Du musst nicht füchten. Du musst machen, dass der Peps ist. Ja? Ja. 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 Ja, ich bin doch gar getot. Ja. Da war der Böse, oder? Ja. Der ist weg. Der eine Böse ist weg. Du solltest auf den anderen wegkommen. Bin ich aber auch so in den L reingedrückt. Ist das da vorne? Ja. Das ist mit der Karte irgendwie schön. Fällt auch schon. Da fällt schon einiges ab hier. Das war ein Kreis geentdeckt. Achso. Was ist das? Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich hab's gesehen. Oh, ich hab's gesehen. Oh, ich hab's gesehen. Das ist wieder Video-Algung. Der zieht ja ganz blöchelig vom anderen Auge. Ich bin's weggefallen. Alter. Fahr! 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 Ich hab' ihn schon gehofft. Ich kann nicht schießen. Mein Ziel ist was? Was? Oh, das Filmschaps. Was ist das? Bei einer anderen Leiche macht er immer so große Schritte drüber und dann rennt er einfach quer durch. Ist das mein Auto? Hier ist auch noch ein Ruder. Kann ich mir einen Shotgun nehmen? Nein, ein Shotgun. Das ist ein Rifle. Nein, das ist falsch. Du bist der Paare. Oh, Christ. Das ist ja noch nicht in der Massenmode. Das ist unser Job. Unfortunately. Sie sind da scheine Wisse. So, letztes Video gleich. Ach. Das ist ein lustiges Spiel. Sie schließen die eigene Persiflage für sich selbst. Und der Kopf aus den Keksen raus. Okay. Ja. Ja.